Verzeihung! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Portal Knights. Ich bin immer noch ein klein bisschen erkältet, aber das soll uns nicht davon abhalten, hier zu zocken. Oh, oh, oh. Du bist selber ein Blitz, Magier, hier macht das nix, ne? Warte mal auf. Aber ich hab mein Vollfeuer starb, keine Chance dagegen. So, das mach ich mal hier weg. Agave, Verbrauchsgut, alles klar. Kann man einfach futtern, scheinbar. Brauch ich jetzt aber nicht so richtig. Ich kann jetzt schon mal mein Inventar aufräumen. So. Das ist nämlich wichtig, dass man immer schön nachpflanzt. Sonst hat man irgendwann nix mehr zu ehren, wie ich das hier schon fast verursacht hätte. Erledigt, jetzt du, Dicker. Gegen Elektro ist der irgendwie nicht ganz so anfällig. Wow! Fuck. Aber gegen meinen Naturzauberstern. Jawoll. Erledigt. So. Den Trank habe ich schon wieder weg. Jetzt kommt der nächste an den Start. Rezept für Seelen, Ernte, Handschuhe und Werke mit der Stiefel. Da musst du mal reingucken. Ja, voll anstrengend, vor Papier zu lesen. Ha! Ha! Kack dich nicht ein. So. Oh! 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 hier ein, hier ein hier ein, hier ein und warten ach, da oben ist schon eine Kiste drauf guckt euch das an das muss man ja eigentlich mal hochklettern das ist ja zu schade sonst ah ich glaube doch Tufenaufstieg kann ich eigentlich wechseln ich kann wechseln wie geil ist das denn ich kann meine Skills nachträglich ändern er guckt da oben immer noch zu alles klar kann er ja machen so bauen wir doch mal wo hab ich eigentlich immer noch Baum und Holz kein Mensch oh nicht okay du Zwerg schießt er mich einfach schießt er mich einfach verarmt so der guckt noch in die falsche Richtung das soll mir ganz rechts sein die da oben die hole ich dann auch noch aber die pflanze ich definitiv nicht hier hin scheiß nimm dich lila schleim so oh Ja gut dann ist das Was kriege ich jetzt auf die fresse Mir reicht's, die sind alle durchgedreht hier Ich porte nicht zurück nach Hause Ich habe ja auch genug gesammelt So So Ein bisschen Leidenstoff machen Das wär's gewesen Ich meine so ein Palmwedel kann man auch abgeben Ein bisschen Leidenstoff noch mitnehmen Das noch mitnehmen Das noch mitnehmen Für Brauchmann 3 Ah ja Ah ja Ein bisschen viel mehr Ja Torbahn Und damit sind wir fertig Nein sind wir nicht Weil Ich lasse den Torbahn mal besser auf Königlicher Magierumhang Ja ich hätte schon gerne noch einen neuen Umhang Ich meine das sieht ja kacke aus So Zählenernte Robe Zwei antike Zähne Drei Blätter Ein bisschen flammelare Blindschlott Das ist eigentlich nicht viel Zählenernte Robe Genug antike Zähne habe ich Blätter war fast ne Sechs Da brauche ich noch eins Da brauche ich vier Stück Ja ist einmal hin Grün Das Maragd-Shop kann ich mir machen 35 die Seelenernte Handschuhe Was machen die denn Resistenz gegen Nahkampfschaden Na da finde ich meine mit Mana plus 75 aber irgendwie cooler 160 80 Die sind gar nicht so gut diese Seelenerntesachen Da ist dieser Frost-Saphir-Kram hier Ist irgendwie schon ein bisschen besser So Frost-Saphir Hexer Ich habe da Rubin und Seide Oh Leinenstoff Leinenstofflese Ich glaube ich überspringe das Was sagen denn die Stäbchen so Giftiger Schreckensstab Hab ich den nicht schon? Oh den hab ich schon Ähm Kupferner Großstab des Feuers Hm Kupferbaren Holzscheiter Ist nicht so schwierig jetzt eigentlich Schreckensstab des Feuers Eisenbarren Und Rubinstaub War auch nicht so hart Joa 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 Wird schon irgendwie Hinkommen Seide Seide Das ist weg Das darüber Das darüber Das darüber Das darüber Ne das nicht Das da Verzeihung Ähm Verzeihung Ähm Ah mein Wegen warum nicht Joa Geht doch Verbrauch Verbrauchsgüter Weg mit dir Weg mit dir Na gut Ich nehm mich vielleicht noch mit Ähm Ja In meiner vollständigen Erscheinung Wunderschön Können wir uns doch dann jetzt vielleicht noch für die letzten paar Minuten mit dem Event beschäftigen Die Truhenjagd im Turm der Schatten Pfeff Wunderschön Ah Das is er schon Ja, da musste ich ja wenigstens nicht lange suchen, ne Weil ich glaube es ist nicht so gedacht dass man hier werden sich unfaire vorurteile verschafft finde den turm und hol dir ihren schatz also finde den turm war jetzt wenig schwierig ehrlich gesagt der kann aber was im gegensatz zu seinem frei rumlaufenden kollegen er konnte nämlich au unlauter wettbewerb stehst du da aua erstmal ein trank oh leute das ist aber das gestaltet sich aber schwieriger als gedacht hier wie komme ich denn da jetzt schnell hoch damit ich mir den blut schnappen kann ich will den kram ja nicht vergammeln lassen das wäre ja viel zu schade ja schon passiert shit auch so eine schattengitterstandarte kann man mal mitnehmen oder das ist ja gar nicht mal übel aus da ist bestimmt wieder ein schlückchen für mich drin ich hoffe wir können die jungs den land leisten oh der schießt von oben war nicht sehr nett okay ich denke es war nicht ich weiß es war nicht nicht ich weiß es ist nicht ich weiß es Warum kannst du durch die Wand zaubern? Das darf ich auch nicht. Ist nicht okay. Flucht. Erstmal wieder hochheilen. Ja, meine Damen und Herren, hier sehen Sie die Taktik in höchster Verfeinerung. Energiekristall, jawohl. Was haben die denn hier alles? Neue Rezepte ohne Ende. Rezept für Hockeymaske, jawohl. Nein, aha. Was denn so ist? Oh, den habe ich auch schon gekriegt. Wohnschein, weil wir uns platzieren. Das war ein Eisenerz schon wieder. Ach, und da außen dran wäre übrigens die Treppe gewesen, sehe ich jetzt. Alles klar. Dazu können Sie sich doch eine Treppe leisten. Ich nehme alles zurück. Ja, und wo ist jetzt der große Schatz? Mir wurde ein Schatz versprochen. Hallo. Das war das Event, oder wie? Also... Das tut bald auch. Das ist so nie. Ne, also mit Schatz war jetzt hier nicht so viel. Naja, gut. Aber mit Folge ist jetzt auch nicht mehr so viel, denn die ist vorbei. Wir reisen zurück zum Hauptmenü. Eigentlich wollte ich zurück zum Dingsreisen, aber ist auch egal. Passt auch. Wir reisen zurück und... Verzeihung. Gerade ist aufgestanden. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Dann wieder mit dem genesenen Sebastian. Bis dahin. Tschüss.